Perfekt. Ey, wollen wir eigentlich die Wege mit Flasterstein oder Kies machen, Kubi? Äh, Flasterstein. Wir brauchen jetzt sowas von Obsidian. Ah, wunderbar. Erstmal in die falsche Richtung laufen, wa? Jo. So, okay. Das ist nicht zu meinem Haus, sondern weiter weg. What the fuck? Alex! Guck mal hinter dich. Ich hab gedacht, ich baue mal eben halt rein, so ein bisschen schöner bei uns. It's a guy. Ein paar Alines. Da steckst du wieder her. Das ist ein Monster. Diese Zombies sind so high. So unglaublich high, die Dudes. Was machen die? Die Dudes. Growl. Growl. The cake is alive. Ich mach jetzt auch mal 1,75 rein, Alter. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. 1,75. 1,75. Schämt euch. Ich sag's so. Meine Lieblingsaussage in der Sekunde ist dann, deal with it. Nein, deal with it. You must be defused. Nein, get out of there. She's gonna blow. Oder You're tearing me apart, Lisa. What? Kennt ihr nicht? What, what? What? Hinterwäldler. Hinterwäldler. What, what, what? Nur mit Hinterwäldler. Stone, stone, stone. Hinterwäldler. Hinterwäldler. What the fact? Captain Arr hat die Welt betreten. So. Mit seinen dreckigen Füßen. Oh, das kann ich besser. Warte, warte. Äh, what the fuck? Ich höre Viecher. Captain Arr hat die Welt betreten. Jawohl. Aua. Ihr habt so einen an der Waffe, ey. Ohne Spaß. Bei euch läuft irgendwas richtig schief. Nee, noch alles. Bei dem ganzen, Klammer 3, Fuzzis, ne? Wer, wer, was sind das überhaupt für Leute, Alter? Bin ich hier hingedacht? Du bist irgendwie der Waffe, ey. Alter, ich höre so viele Stimmen, seitdem ich die 1, 2, 7, 5 drin hab. Selbst schuld, kein Mitleibes. Selbst schuld, wenn du das machst. Alle einen an der Waffe. Die sagen einfach Tick, 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 Tick. Wut, 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 Wut. Es scheint ziemlich los, richtig zu sein. Oh, oh, bleh. So gar nichts. Es gibt Spiele, die sagen einfach kurz an, aber die sind seit deinem Namen. Nico, das nervt total eigentlich einfach nur. Ja, voll traurig. Woodstone, stone, au, bro. Ja, Alter, ich weiß die ganze Zeit. Tört ihn voll an. Das ist mega. Das ist so geil. Wenn man in Skeletthürde geht, ist, wow. Alter, das muss ich mir jetzt geben, ja, ohne Spaß. Das läuft schief bei euch. Hä? Ach so, ich dachte gerade, was machst du denn? Ich habe Enderman anguckt. No. Oh mein Gott, ey, ernsthaft. No. No. Das wollte ich nicht, ich habe kein Essen. Ey, klick. 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 Backwalken. Wenn du was im Options, äh, im Optionen umstellst, ne, sagt er immer klick. Weißt du, guck mal. Ich mache das mal live on camera. Logik von Kalle. Ich mache das jetzt mal live on camera. Also, ihr seht jetzt mein Background. Logik von Kalle. Bad logic. Da ist ein Enderman. Kalle viel der Schwerkraft zum Opfer. Hä? Meine Sachen sind weg. Also, das wird jetzt bei mir ziemlich schön rum, äh. Ja, da oben liegen sie. Hä, hä, hä. Hä? Und was macht ihr gerade so? Meine Sachen einsammeln. Richtig, Minecraft neu starten. Achso, stimmt, du bist gestorben. Hä? Hier ist ein ungebracher Zombie. What? Ich glaube, Sibiru kommt immer noch nicht oft klar. Ne. Wenn du die Leiter runtergehst, leider. 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 Das ist die behinderte Stehle. Ich glaube, lass mir den Chip mal in den Gang runtergehen. Das ist jetzt mal gegeben. Die volle Kante jetzt hier. Dann werde ich jetzt kurz mal die Musik ausmachen extra dafür. Ja, eins, zwei, 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 zwei. Fullscreen. Ich sage es nochmal, bei mir würde es... Ernsthaft? Schon im Menü gibt's Klicks. Weil selbst wenn man rennt, kommen diese scheiß Sounds. So, run run run, oder wie? Alter! Scream-Mode! Da stirbt einfach mal jemand. Nee, ihr müsst wissen, denn der von Feuer wird die ganze Zeit feier, feier. Bei mir ist das auf jeden Fall leise, auf 100. Ja, das wird dir wahrscheinlich auch extrem auf den Sack gehen, wenn's nicht so wäre. Wir werden die Folge jetzt durchziehen, so. Also ich zumindest. Wenn du Falsche anbekommst, gehst du einfach, oh! Ja. Vollkommen logisch. So, es müsste so fall, 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 fall. Just. No, 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 no. Das fände ich, das fände ich wiederum geil. No, 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 no! Bei mir geht's grad Wutzen, Wutzen, Wutzen! Warte, ich muss einen TNT bauen, nur um zu wissen, wie sich das anhört. Boom. das könnte ich mir sogar vorstellen hat jemand, hat jemand, ähm, wie heißt die Dinger? die, 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 ähm, verdammt, äh, helles Holz, äh, nicht Birkenholz das ist die offizielle Blindenedition von Minecraft Leute, Blindenedition von Minecraft ist das wahrscheinlich heißt das Dschungelholz? hat jemand welches davon? ich hab das ja? ja, kann ich rüberkommen Leder, Leder, Leder Carlo, kann ich rüberkommen, mir Seas holen? nö warum nicht? warum? Wut, 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 Wut Wut, 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 Wut das ist so bekifft au, au das haben die wahrscheinlich selber aufgenommen, die Geräusche ich mach gerade die ganze Zeit Truhen auf, weil das so geil ist äh, 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 was? was? Moment nöw water, nöw water, nöw water, nöw Wut, Wut, Wut Wut es war schweißt v mal dritte Tür auf und zu sagt er dann door 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 der sagt der sagt open and close jetzt hört sich so dumm an alter Tiberius ernster ey Niko ja geh mal zu den Hühnchen ich höre das immer noch nicht ne ich hab das nicht angeschaltet achso wut 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 soll ich noch schnell kurz die Aufnahme unterbrechen und das dann mal anmachen wer ist da nur heute kommen oder ich hab das als on camera gemacht ja gut dann äh Leute dann bis gleich ok sooo da sind wir wieder zu siebten mal mittlerweile ne zum 28.000 zu mal guck mal hier das Bambus kann ich doch bestimmt weg machen Kobi oder äh mach's erstmal weg aber ich würd sagen wir machen's später irgendwo anders hin ja das ist das ist eigentlich schön das nervt an der Stelle so bei der Brücke so ein bisschen ich finde den See hier total hübsch welchen? na den müssten wir vielleicht hier mal ein bisschen weniger machen hier den See da können wir auch toll was draus machen beim Lager da der See? ja 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 wenn wir den so machen ich hab den jetzt mal ein bisschen eingegrenzt du konntest es nicht sagen viereckig oder was? ich? ja ich weiß es nein nein nicht vieläglich wir werden immer noch natural haben dass er nicht so groß ist ich glaub ich hab mal noch nen Weg zum Lager haben okay das TNT macht oh 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 oho Oh ohoh explode intricate jesus korrekt d d die nur weit zu 티 kept 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 khi m m wir sollen comedy Fans pr äh Wir müssen auch kein Ereignis. Äh, Neter und N. Es sind zweierleitend paar Schuhe, oder? Ja, Alex, Schuhe. Hast du gerade eben die, ähm, die Dinger reingemacht? Ja. Ich dachte, wir wollen das Lärm. Was, was war jetzt deine Frage? Okay, ist zwar lustig, aber ich mach wieder es halt. Hast du noch... Oh, scheiße. Ich hab jetzt zwei Stacks Rohholz, Alter. Ohne Spaß. Echt? Ohne Spaß? Also wirklich kein Scherz? Ja. Alter. Das ist jetzt richtig ernst und so. Mhm. Mega brutal, der Kubi. Putal? Ja, mega brutal. Nein, nicht brutal, sondern Brontal. 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 Brontalosaurus. Brontalosaurus. Oh, nee, ich muss wieder steuern. Bronchitis. Hm. Oh, geil. Wuuu. Alles schön in der Aufnahme. Mhm, schön. Ach, verdammt. Wir sind ja hier die professionellsten in der Welt, also mit dürfen wir das. Professionellsten? Professionellsten. Professionellsten? Professionellsten. Professionellität ist mein 26.000. Vorname. Also nochmal, hat jemand Junglewood? Nein. Ja, kannst du mir welches geben? Nein. Oh, der Baum ist schön, guck mal. Tu's auch. Ja. Den lassen wir da, würde ich sagen. Wie viele Saplings hast du? Achso, äh, gucken wir mal nach Saplings. Ja, machen wir dann hier so den Weg dran vorbei. Vier Stück würden reichen, dann kann ich mir ja den gut vermehren. Warte, ich muss mal kurz hier verrottetes Fleisch vergangen. Wer? Stiefelrohr. Rottetes Fleisch. Nicht geil. Also ich hätte hier Akazie. Akazien. Piquet, Eichen und... Eichel. Eichelholz. Du hast Eichelholz? Ja, Eichelholz. Kennt ihr das nicht? Du hast eine verholzte Eichel? Nein, Eichelholz. Du hast eine verholzte Eichel immer noch? Ist der Insider... Alter, geht mir jetzt ab, hey! Spring da endlich rüber! Tickensatzlinge hätte ich auch, aber ich habe keine... Jungle-Satzlinge, ich habe nur Jungle Wood. Äh... Äh, Leute, mit einer Axt kann man jetzt schneiden wie mit einer Schere. Ja, oder? Aber keine Blätter abbauen. Hallo, Alter, da hängt's. Irgendwie... Ja, da ist so ein komischer Block, wo es nicht weitergeht. Oder ich bin grad festgepackt. Okay... Hä? 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 Erdbeerkäse? Äh... Nee, nee, keine Erdbeerkäse. Die warst nur so, nein, nein, bitte kein Erdbeerkäse, bitte nicht. Nein, bitte nicht, nee. Nein! Nein! Kein Erdbeerkäse! Nein! Nein! Erdbeerkäse! Meine einzigste Schwäche, Erdbeerkäse! Mein Nemesis ist zurückgekehrt. Erdbeerkäse! Saulecker! Wir fangeln mal an, mit unserem Bauprojekt aber nur mal die Grundsteine zu legen. Ja, meine, meine tolle Bude, meine Netherbude wird nun langsam formen an, sie hat mindestens jetzt einen Eingang. Mein Bauprojekt besteht daraus, um irgendwann mal was zu bauen. Ein Eingang. Eingang. Das hört sich immer an einem Plan an, machen wir einfach mal was. Das funktioniert dann schon. Hört sich gut an, oder? Mhm. Ja, sehr durchgeplant und so. Let's make a plan. Nope. Nee. The only plan is to make a plan. The only running plan is to make a plan. Äh, ja, okay. Okay. Alles klar, Daddy! Okay, Kinder, okay. Heute bring ich euch bei, wie man einen Plan macht. Zuallererst braucht ihr erstmal Eier in der Hose. Wo ist Zucker? Ja, Fritzi, du kannst einen Plan machen. Julian, ist wieder da. Nee. Du bist eine Frau. Julian, ist wieder da. Ja, das ist wieder da. Da kommen auf jeden Fall schon mal keine Monster mehr rein bei mir. Ist das schön mit Julian. Eiche besetz Dinge. Wenn du Holz fällst, geht's immer. Wut, 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 chub. Wut, 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 chub. Ja. Könntest du damit dubstepson machen. Oh, neues Intro, neues Intro. Wut, 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 chub. Wut, 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 chub, 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 chub. Wut, 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 chub, 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 chub. Wut, 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 chub, 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 chub. Schafft. Nein, schlachte. Nein. Niemals. Töti ihn. Töti ihn. Der heißt Jerry. Oh, da ist eine Spinza. Habt ihr gegen Jerry? Er stinkt. Ey, was habt ihr gegen mich? Scheiße. Lol, da droppt man auch keine Setzlinge. Wenn Drew Böck will. Buuu. Ja. Habs grad gehört. Oh, ey, ernsthaft. Entweder ist meine Verbindung grad mega scheiße, oder ich kann irgendwie keine... Wir wissen doch alle, dass du minus 200er Internet hast. Genau. Das zieht hier Internetleistung. Buh, buh, brains. Ich hab' ihn gefaustet. Ich hab' ihn gefaustet, ey. Was ist los? Sagt der eigentlich dick, wenn der irgendwas abfällt? Ja. Schauber. Ja, dick. Penis. Nein, nicht dir, dick. Hast du nicht gesagt. Dick mit G wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal stark an. Ach, ist wahrscheinlich. Nehme jetzt stark an. Ja, dick für... Buddeln. Penis. Ja, genau. Ja. Sei eben arm. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Könntest du mir noch mal erklären? Nochmal, wie war das mit dem Penis? Also. Ähm. Ja, ich sag' nicht. Entschuldigung. Es gibt die Blumen und die Eichen. Ohhhh. Ey, warum sind... Wer hat Hühner in mein Haus geworfen? Weiß nicht, ich hab keinen. Ich hab' ungefähr so 700 Hühner in meinem Haus. Ungefähr 700? Alter. Ich find's, ich find's geil, weil dann können wir Hühner zichten. Das ist voll das Mathe-Genie. Machst du mal einen Käfig? Ne. Es sind wahrscheinlich drei. Ne. Es sind wirklich viele. Ja, weiter. Mehr kann er nicht zählen. Waaah. Shit. Gegners. Gegners. Immer Ärgerst mit den Gegners. Ey, Nico. Ich muss dich übrigens noch töten, ne? What? Für was denn? Für die Bäume. Oben auf meinem Dach. Hä?